JVER SCHNAPT SICH NE WACKER JEDER SCHNAPPT SICH NE WACKER WACKER Ja, oder? Ja, die Rennepferung! Instant läuft! Aber umma unzuhummeckern, wenn wir bei... LOL! GUT DOSCHERDLE! HINTAUS! Alter, was ist denn die denn jetzt da? Warum steht die Milchdauer da? Nix Waffen. Leere Waffen. Wie kann lustig aus? Diese Brücke muss runter. Die Brücke muss runter. Wird bis nicht. Herr Sommer. Oh ja, toll, Mann. Sie kommen. Sie kommen. Jeder einen Eingang. Boompower hat Schrott. Okay, ich pass den auf. Leute, was kotzt ziemlich schnell an, bist du? Wo, hier? Passt dann vorne auf, nicht passt. Hier ist langweilig. Hier ist keine Action. Oh ja, okay. Dann geh ich mal kurz hier hin. Also hier kommt nix mehr. Okay, das rüber. ษ供is. Den müssen da raus. Äh, den Olli wollte zurücklassen, oder wie? Nein, geh dir weiter. ich komme doch allein gelassen ich habe das Schott sich an die Kugeln hier raus von der Gälder Sprache durch das ist ein Spaß Prozent man das hat Bummen gemacht wir brauchen die Medi-Pack ich habe noch Schmerzmittel falls sie auch erbrauchen die durch nicht die mit der Schrotzen müssen hinten und vorne sein Sonntag und von der Stauberfläche Oh einer Miga da unten Leiter was kommt denn vom Dach? Pass auf da kommt der Einarmiger ja 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 warum explodiert er immer alles? ja weil ich damit schieße hast du Kanatwärter? ja man keine Dinge nütze ich kann das mal wieder anschließen ja ja das Bohrbombe ist aber gerade irgendwo ok wo lang wie denn den Sumpf? weitergehen hier auf Klo geht hier war noch eine Bombe live wer kommt mit auf Klo? ich hab Angst hey wo lauf dir da denn hin? hey 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 wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben ich mach einfach zu ich mach einfach zu ich mach einfach zu komm in und find out komm sie rein und finden sie raus sag mal jemand und nicht fast sag mal jemand und nicht fast pass auf wo du hinziehst Haupts Regent halber Warten mach mal jetzt Let's Eat Naaah Let's Test Eat Chips Marken BKILLER Witschjagga 10 AK oder sowas? Ne natürlich nicht Tja! Halt den Maul! Da draußen Nein, ich kann meine Waffe nicht nachladen Soll ich den Granatenwerfer weiter nehmen oder nicht? Mach! Ich mach das, aber ich hab ja nur ne Doppelpistice Geiler Glaub ich hab mir das mal wieder hier So ein Tank kommt Ja, wenn du Tank kommt, weißt du? Ich kann ich nur mit einem Schuss ballern, weißt du? Ich glaub wir sind in ner Siedlung angekommen Die Hoffnung auf Zivilisation Die Hoffnung auf Zivilisation Die Hoffnung, hier sind deine... Als ob hier noch was... Sollen! Hä, wo denn, wo denn? Da ist der Tick Da ist der Tick Wer schleift so ein hinterhaltiger scheiß Jockey rum Jockey! Jockey! Soll das denn? Lade nach! Lade nach! Schieß doch gleich aus, das Auto Ja und? Hier, schießt du auch das Auto? Lade nach! Äh, ich bin in den Hausdrehen gegangen, es sind ein paar Leute Ja, ich auch Lade nach! 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 Nee, hast du nicht. Alter, scheiße, ich hab nur noch 27 Leben. Wie behindert ist das denn? Oli, spring nicht vom Dach runter! Nicht unterspringen, ich sag's richtig für Schauen! Bei mir hat's aber auch kein Schauen gemacht. Ja, ich hab nur noch 27 Leben. Ah, Marvin hat wieder einen Jockey getötet, der macht One-Hit, Alter. Ah, Booba! Der war ein Boom Power. Ich fühle mich diskriminiert. Ja, ich hätte ein paar Kuss in der Hand und den BAM einfach mal machen. So. Ich glaub, der Soße mit den Zwecke hinter mir sind. Kann sein, dass Boom Power langsam krepiert? Ich hab Schmerzmittel genommen, aber ja, eigentlich schon. Marvin hat noch einen Medi-Pack. Und ich hab ein Defi, aber der bringt euch halt nicht viel. Bummi, wo wüssten! Nimm doch mal stehen, nur Lappen! Ach so! Ja, ich brauch der Kopf zum Verachten! Richtig, nein! Oder hinten ist... Wah! Leid! Fuck! Ah, ja! Ich bin jetzt bei Nacht tot auf, also... Komm mal hier hoch! Hier hinten ist ne Leiter! Boah! Da hat ein Brenzentrum. Ja, ich hab dich kurz alle angezündet und... Nee, alles los! Ey, ihr habt Dosen vergessen! Alter, was hier alles so ist! Greif ne Kotzbombe! Alter, ey! Granatenarsenal! Da muss ja jetzt bald ne fette Welle kommen! Und da vorne ist Muni! Okay, da kommt ne fette Welle! Muni! Ja, Midi-Welle! Da oben ist die Gun! Das ist in der Kampagne! Da vorne! Nice! Warte! Ich geh an die Gun hoch! Warte mal hier! Ich hab' ver... Halt los! Wir müssen im Bus zur Rettung! Oh, ich hab' die Gun, alter! Wie du meinst, Maschinengewehr! Ey, schön, lass' dich hoch zu Gun, weil dann kann ich von oben schießen noch mit meinem... ähm... Dingswerfer! Ja, na dann komm' hoch, aber du musst hinter mir dessen! Ja, na dann komm' hoch, aber du musst hinter mir dessen! Ja, na dann komm' hoch, aber du musst hinter mir dessen! Wie du meinst, Maschinengewehr! Ich hab' da eigentlich Welle oder kommt da dann eine... Ey, ich muss ein Boot rufen! Ach so! Okay, ich rufe! Darf ich mal kurz mit sich schießen? Hey, hallo! Wie geht's euch? Hab' ihr schon in Ewigkeit keine Sau mehr gehört? Was wollt ihr denn? Schwing' mal kurz ran weg! Wo seid ihr denn? Okay, der Tief hat mich noch dran! Wir sind in einem Plantagenhaus! Hey! Hey! Hör auf, Marvin! Lass mich jetzt ran! Marvin, weg! Und jetzt? Weg schnell ins Haus! Hey! Hier kommt ein Hunter! Wow! Vorsicht! Rohrbombe! Marvin! Die sind nicht ins Haus! Hoch, 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 hoch! Wir gehen hoch zu denen! Dann sind wir Saver! Ich deck die Treppe! Okay, Julian, hast du gut gemacht! Ja, ich bin doch... Sag mal, Julian bleibt beim LMG! Okay! Ich bin ja jetzt dafür um! Hey, jetzt, pass auf! Einer muss rechts! Einer muss links auf! Einer muss links auf! Aufpassen! Ich pass auf Treppe auf! Da kommen nämlich ein paar! Die kommen links rechts und links hinter mir! Okay! Wow, Alter! Wow, Einarmiger hier oben bei uns! Oder auch nicht mehr! Was hat denn hier noch mit Pfanne? Ich schieße mal runter mit meinen Raketenwerfen! Schieße in die Massen, mach! Ich muss kurz warten, bis sie... Wo kommt der Vetter? Ich bin überhitzt! Ich muss warten! Ey, sieht aus wie mein Schwanz, Alter! Oh, orangsch, Alter! Oh, die kommen ja alle hoch! Ja, dann lasse ich die... Ich muss die kurz aussitzen lassen! Oder so! Wow! Weil dann gehe ich ab von der Waffe kurz weg! Oh! Und ich will auch mal damit ziehen zu Hause! Da! Da da unten! Da ist er! What?! Jetzt kommt er! Wow! Alter, was geht denn hier?! Alter, ich schütte den gar nicht mit meinem Ding hier! die entblüht ja ich war damit wenn ich mal damit schießen will ich komme ich dann einfach weg die Arie der Charter kommt gleich in die Treppe hoch sie gehen hier passt auf Treppe ich weiß nicht mehr als ein Armiger ein Armiger die kommt jetzt auf einmal weil die klettern können die sind genauso wie normale zum bisschen klettern man hat nun Maren der Gäste bei in die Waffe der Bumboi der Weizenstand ist errichtet mit dem Dank um ein Wettbewerb der Fettbewerb das so Fakten mal wenn man sie überhitzt ist, dann geh weg von der... da genau, knallt die da von vorne auf da unten sind Mini-Kids ja, ganz viele sogar, aber ich hab auch eins ne, da geh ich jetzt nicht runter oh fuck die kommen ja auch übers Dach rein, das ist ja richtig ätzend zu unfehligerweise schon ich brauche mal Hilfe kurz boah, geh weg halt doch, Bitch, Adam mal, wenn das dauert jetzt auch, bis die Welle vorbei ist ungefähr im Moment, ich schrenne mal schon da runter, ob ich noch eine Rohrbaube mitnehmen kann aber für den Zombie ist es trotzdem anscheinend nicht so ich geh mal runter und hol mir auch einen Mini-Kids kurz ok, mach ich höre nen Tank Andi, wackelt doch alles erst mal ein Smoker getötet aber wo ist der? hinter uns? der kommen vom Dach das wird erklären, warum es hier so wackelt nein, der kommt von dem Rauch raus was kommt der denn aus nem Raum raus? laden nach ok, ich brauche mal kurz Muni, ich renne mal kurz runter da unten liegt Muni? ja, da unten liegt Muni aber Vorsicht beim Springen, das tut weh und zwar gar nicht mal so schlecht Dich, sie springen da runter ich geh da lieber runter oh fuck der ist mir egal, ich brauche nen Medi-Kit jetzt Fortsetzung folgt das